So Freunde, los geht es mit einem neuen Prachtstück, natürlich von unserer Lieblingsfirma Astragon. Und wir sind tatsächlich im, was ist das hier, ZD-Zugsimulator oder so ähnlich, so ziemlich stämlicher Zug-Simulator. Wir können hier nach rechts und links, nicht vor und zurück, warum weiß ich nicht, wir können uns drehen. Und wir sind hier anscheinend in einer Halle. Ich drücke jetzt mal ein paar Tasten, da passiert aber noch nichts. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir mal irgendwie diesen Zug hier zu bewegen. Das wird wahrscheinlich ziemlich in die Hose gehen, denn ja, ihr kennt mich ja. Ich habe auch keinerlei Tutorial, gar nichts. Ich wurde hier reingeworfen, konnte im Startscreen auch irgendwelche Behinderteneinstellungen vornehmen. Und vor allem das, oh, das sieht aber, das sieht aber gar nicht mal so gut aus, du. Ja, gehen wir mal wieder rein. Schön. Hallo. Sind wir mal wieder im Lokführerhäuschen oder was weiß ich. Wenn ich links klicke, bin ich wieder hier. Hilfe, Hilfe, jetzt minimiert ich das Spiel. Ach du Scheiße. Ach du Durchschwindigkeit, 0. 13 angehängte Waggons. Und jetzt? Da, habe ich irgendwas verändert. So, der Wählhebel, den müssen wir auf Vorwärts oder Rückwärts stellen? Das ist die gute Frage. Ist das überhaupt der Wählhebel? Wahrscheinlich, ne? Gut, klicken können wir hier nicht, oder was? Das finde ich wieder so. Aha. Aha, ja. Aha. Interessant. Oh ja, oh ja. So, ich drücke noch mal ein paar Tasten. Mal gucken. Hilfe. Was da so passiert. Ah ja, das ist wichtig. Das brauchen wir. Ja, die Lautstärke-Tasten. Habe ich schon mal gefunden. Wunderbar. So. Ja, und jetzt Schub. Schub. Brauchst Schub. Also ein Lenkrad wird es wohl nicht sein im Zug, ne? Gehe ich mal fest von aus. Das wäre äußerst unrealistisch. Wir drücken mal. Aha, F1. Da geht der Scheiß hier weg. Äh. Aha. Ja. Ähm. Ja, ich weiß, ob du hupen kannst. Ist ja schön. Ja. Ja, ja, ja. Ähm. Heben Sie. Ach so, den Stromabnehmer. Drücken Sie Shift. Ja. Ähm. Shift. Und dann. Was denn da noch? Was steht denn da? Kann ich nicht nach rechts gehen? Ne. Drücken Sie Shift und. Ja, was könnte das jetzt sein? Hm. Drücken wir mal ein paar Tasten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht immer so. Da habe ich Licht angemacht. Wow, 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 wow. Was geht denn hier los? Ich mache jede Menge Scheiße. Nur habe keine Ahnung was. Ah, okay. Auf einmal, ähm, sehen wir was mehr. Grafik hat also langsam geladen. Das heißt schon mal, dass das toll ist. Was muss ich denn jetzt zu Shift drücken? Wenn das doch da stehen würde, wäre ich euch sehr verbunden, liebe Firma Astragon. Und nicht einfach hier, äh, irgendwas hinschreiben. Ja, Shift und was denn? Ach, ich kriege ein Kotzen hier, Freunde. Ach, das ist doch... Weißt du, so kann man doch nicht arbeiten. Das ist doch wieder Scheiße. Da kann man doch kein Gameplay machen. Meine Phrase. Ja, macht doch hier keinen Spaß. Ich würde sagen, das Gameplay, das war es einfach, ne? Das sind die Gameplays, die ihr haben wollt. Ich sage jetzt nochmal. Und auf Wiedersehen. Hau da rein. Hau da rein.